Ich mache ohne Angehoben, aber juristisch gesehen, ne, Vomitschaft, klar. Aber in dem Moment lang, 50 Jahre, ist das auch groß. April, Mai, Juni, Juli, dann ist es feier. Ich wollte mich auch noch nicht als Vollwert. Ich hatte jetzt eine Ausbildung gemacht, aber ich bin auch noch abhängig von meiner Eltern. Ja, finanziell.